In diesem Video sprechen wir über einen super interessanten Low-Cap-Jam, der aktuell immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und damit du das Ganze nicht verpasst und den zukünftigen Pump miterleben kannst, bleib auf jeden Fall dran. Bevor wir beginnen, das Ganze ist keine Finanzberatung und du solltest immer deine eigenen Recherchen machen. So, es geht heute um das folgende Projekt Crust Network. Crust Network ist ein super interessantes Projekt im Bereich Low-Cap. Das heißt, wir haben hier eine aktuelle Marktkapitalisierung von gerade mal 18,1 Millionen Dollar bei einer Circulating Supply von 22,9 Millionen Dollar. Und wir stehen hier gerade aktuell noch unter einem Kurs von einem Dollar. Und das ist das Interessante hier gerade, weil hinter diesem Projekt steckt wirklich eine bahnbrechende Technologie und meiner Meinung nach für die Zukunft ein Projekt, welches wirklich ein Use Case hat und ein Problem löst, welches super viele Unternehmen da draußen jetzt schon tagtäglich haben. Und das Ganze mit der Blockchain kombiniert. Wir hatten hier ein All-Time-High von 179 Dollar vor zwei Jahren. Und wenn wir uns das Ganze hier mal in der Maximalansicht anschauen, sehen wir hier, das Ganze ist massiv gestiegen und hat dann korrigiert und bewegt sich jetzt hier unten am Boden. Und obwohl man sagen könnte, rein vom Chart her, ja, das Projekt ist tot, das passiert schon gar nicht mehr, bin ich der festen Überzeugung, dass im nächsten Bullenmarkt super viele Menschen dumm aus der Wäsche gucken werden, gerade in Bezug auf Crust Network. Weil wenn wir uns mal angucken, was Crust Network ist, Crust Network ist ein Cloud Storage, beziehungsweise eine dezentrale Speichermöglichkeit. Heutzutage haben sehr, sehr viele Unternehmen damit zu kämpfen, ihre Daten sicher und konsequent zu speichern. Viele Unternehmen, viele Plattformen leiden unter DDoS-Attacken und solche Sachen wie dezentralisierte Speicherung löst vor allem dieses Problem. Und hier steht auch Crust Network Web 3.0 Storage for the Metaverse. Das heißt, sie zielen wirklich direkt das Metaverse an, aber können nicht nur im Metaverse angewendet werden, sondern auch in diversen anderen Bereichen. Und für welche Bereiche könnte es wichtig sein, Daten dezentral zu speichern, gerade auch aufgrund des Datenschutzes? Wir könnten hier zum Beispiel den gesamten Bereich Wissenschaft mit reinbringen, ja. Der gesamte Bereich Wissenschaft verfügt über so unfassbar viele sensible Daten, die natürlich geschützt werden müssen. Und gerade in einer normalen Cloud sind sie gefährdet vor Hackerangriffen. Zusätzlich alle möglichen persönlichen Daten. Ja, heutzutage gehen wir mit unseren Daten komplett schlampig um, ja. Wir geben überall unsere E-Mail-Adressen an, überall teilen wir unsere Daten, wo wir wohnen, wie unsere Handynummer ist, wie unsere E-Mail ist. Unsere Ausweise, Reisepässe landen auf so vielen unterschiedlichen Servern, gerade auch in dem Bereich ID-Verification. Wer weiß, wohin diese Daten gehen? Durch eine dezentrale Lösung schafft man einfach das Vertrauen, weil alleine die Technologie das Vertrauen schon schafft. Aber nicht nur die Wissenschaft oder persönliche Daten können in einer Cloud, die dezentral ist, gelagert werden, sondern allgemein alles, was mit Unternehmen zu tun hat. Viele Unternehmen haben alle ihre Daten in einer Cloud. So, und jetzt stell dir mal vor, du hast ein Multimilliardenunternehmen und du wirst gehackt. Jemand, der deinen Server hackt und an deine Daten rankommt, kann dein gesamtes Unternehmen von heute auf morgen zerstören. Und das ist schon mehrere Male in der Vergangenheit vorgefallen. Da ist natürlich eine dezentrale Anwendung, gerade in dem Bereich Speicherung, super interessant und eine wahnsinnig gute Lösung für den Punkt Sicherheit. Wenn wir uns hier einfach mal ein paar Daten anschauen, sehen wir hier insgesamte Storage Capacity. Das heißt, wie viel Speicherplatz gibt es hier, reden wir hier von 742.056 Terabyte, über 1730 Storage Nodes. Und was hier wirklich super interessant ist, gerade wenn man jetzt Daten irgendwo speichern möchte und wenn man schon Cloud Services benutzt, kann man das Ganze hier nachvollziehen. Wir haben hier wirklich sehr, sehr geringe Fees für den Speicherplatz. Für 1 Gigabyte pro Jahr reden wir hier von 0,001724 US-Dollar, was wirklich sehr, sehr wenig ist. Ich kenne die Daten und die Gebühren jetzt von Amazon nicht. Ja, aber wenn wir uns das mal überlegen, alleine iCloud ist wesentlich teurer als jetzt hier Crust Network. Was ist Crust? Hier steht es auch nochmal. Decentralization und Privacy. To build the Crust decentralized storage market, Crust uses a trustless and low-cost TEE-based technology called MPOV, which validates and manage storage resources. Backed by MPOV, Crust is an open network that allows any storage server to join. Furthermore, files stored on Crust are encrypted to guarantee privacy. Genau das, was ich gerade besprochen habe. Sensible Daten, ja, die im Internet aktuell kursieren, wären hier in dem Fall auf Crust Network sehr, sehr sicher. Safety and efficiency. Crust is a blockchain network with a POS-derived consensus called GPOS. With a GPOS consensus, the network is safe, robust and efficient. It is guaranteed and secured by both token assets and storage resources. Also wir haben hier nicht die beiden Konsensmechanismen Proof-of-Work und Proof-of-Stake. Wir haben hier einen neuen Konsensmechanismus namen GPOS. Das bedeutet guaranteed Proof-of-Stake. On-chain storage market, availability and assurance. Unlike our competitors, Crust has created an on-chain storage marketplace called DSM, Decentralized Storage Market. Through DSM, users can easily upload files and place storage orders in the network in only 1-2 minutes. To maintain file availability, up to 50 replicas are stored in the network. In addition, Crust provide a storage assurance pool for customized or permanent storage of high-value files such as NFT matter data. Also wie gesagt, hier wird ganz, ganz viel Wert auf den Punkto Sicherheit gelegt. Gerade was den Bereich DApps angeht, haben wir hier super Partnerschaften. Ja, wir haben hier Uniswap, wir haben Aave, Polkadot, worauf Crust Network auch läuft. Und hier unten haben wir die unterschiedlichen Produkte. Schauen wir uns das mal an. Einmal hier Crust Files. Ja, Crust Files ist ein Data Sharing, wo man die Möglichkeit hat, direkt dezentral seine Daten zu teilen. Ähnlich wie Dropbox beispielsweise oder Google Drive. Ja, was man hier per Web3 nutzen kann. Dann haben wir aber auch noch die Crust Cloud. Da finde ich das ganze Design sehr, sehr cool. Ja, Crust Cloud Redefining Web-Free Storage. Hier wird das Ganze natürlich super, super technisch. Aber wichtig ist das hier. Web-Free Storage Buckets und Web-Free IPFS Gateways. Wenn es um das Thema Cloud Storage geht und da rede ich jetzt nicht von iCloud, Google Drive oder Dropbox, sondern wirklich von richtigem Cloud Storage, wie es zum Beispiel bei Amazon, sprich AWS gemacht wird. Da wird mit sogenannten Buckets gearbeitet. Hier ist das Coole, dass jeder dieser Buckets ein NFT darstellt. Da steht auch hier. Du, wenn du so ein Bucket besitzt, bist der rechtmäßige Besitzer dieses Buckets. Und das Ganze wird durch ein NFT dargestellt. Die Daten werden zusätzlich als diverse Replikas dargestellt, wodurch es viel, viel schneller ist, auf deine Daten zuzugreifen. Und hier sieht man nochmal Uniswap und Ava als kleines Beispiel, wie das Ganze aufgebaut ist. Wenn wir uns mal Sub-Scan anschauen, den Explorer, sehen wir hier auch nochmal, wie auf der Seite auch, 1731 Total Storage News. Average Replikas on each File, 33. Über 1,7 Millionen Daten sind hier aktuell vorhanden. Und hier sieht man auch nochmal den Realtime Storage Price, der natürlich in Crust Network bezahlt wird. Und hier auch nochmal die gesamte Capacity, 724,671 Petabyte. Ja, was ist ein Petabyte? Ein Petabyte bedeutet 1024 Terabyte. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, damals, als man noch eine Diskette hatte und da mit ein paar Kilobytes gearbeitet hat. Ja, und als noch Gigabyte das ganz, ganz große Ding war, jetzt haben wir bereits schon Petabytes. Also crazy, wie sich die Zeit und die Welt vor allem entwickelt. Wenn wir uns das Twitter-Profil von Crust Network anschauen, sehen wir auch hier eine erhebliche Aktivität. Und alle User werden dauerhaft informiert über Neuerungen, die hier bei Crust Network geschehen. Es werden auch regelmäßige AMAs veranstaltet, wie zum Beispiel auch hier unten, einmal mit Gate.io. Das heißt, Crust Network geht da wirklich vorne weg, versteckt sich nicht, sondern zeigt wirklich die Power, die hinter diesem Projekt steckt. Und was steckt da wirklich für eine Power hinter? Das sehen wir hier. Über 183 Milliarden US-Dollar, also Billion steht ja für Milliarden, soll dieser Markt in Zukunft groß werden. Der ganze Bereich Cloud Storage ist in Zukunft ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und Crust Network ist wirklich ein Projekt, welches da ganz, ganz vorne mit dabei spielt, weil es Blockchain und Cloud Storage miteinander kombiniert. Und wenn wir mal überlegen, wir haben hier gerade mal eine Marktkapitalisierung von 18 Millionen Dollar. Was halt nichts ist im Vergleich zu der Market Cap, die hier erreicht werden soll in den nächsten Jahren. Und wenn wir uns mal den Chart von Crust Network anschauen, sehen wir hier im 4-Stunden-Chart, das Ganze geht wirklich hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Das heißt, wer hier wirklich ein bisschen scalpen möchte, hat hier wirklich eine sehr, sehr coole Möglichkeit, das Ganze zu tun und hier auch nochmal neben dem Spot-Handel zusätzlich Profits zu machen. Ich empfehle natürlich für den Handel von Kryptowährungen, egal ob es jetzt Spot oder Futures ist, Maxi Global. Und wenn du den Kanal unterstützen möchtest, findest du unter diesem Video auch einen Link zu Maxi Global, wo du 10% auf alle Gebühren sparst, die sowieso schon die günstigsten sind am gesamten Markt. Du hast hier 0% Spot Maker und Taker Gebühren und im Future Segment hast du lediglich 0,01% Taker Gebühr. Du sparst 10% auf alle Fees, du kriegst bis zu 1000 Dollar Futures Bonus und wenn du ein KYC durchläufst, bekommst du sogar noch 50 Dollar geschenkt, wenn du dich über den Link unten in der Videobeschreibung anmeldest. Bei Maxi sind zusätzlich auch die meisten Coins gelistet, mit Abstand von allen Börsen. Wir reden hier wirklich von 1591 unterschiedlichen Coins, die hier gelistet sind, vor allem auch Microcaps. Und gerade auch die Proof of Reserves sind hier ebenfalls vorhanden. Wir sehen hier über eine Milliarde Assets sind hier als Reserve vorhanden. Das meiste in Tether, dann im eigenen Token, dem MX-Token, Bitcoin, USD-Coin, Ethereum und weitere Coins, die hier vorhanden sind, die man sich jetzt hier unten mal anschauen könnte. Wenn du den Kanal unterstützen willst, wie gesagt, du findest unten in der Videobeschreibung einen Link zu Maxi Global, wo Crust Network auch handelbar ist. Das heißt, ich sehe hier wirklich super, super viel Potenzial bei diesem Projekt und denke, dass wir hier in Zukunft wirklich sehr, sehr gute Gains sehen werden. Lass mich mal in den Kommentaren wissen, wie du persönlich den Bereich Cloud Storage in Zukunft sehen wirst. Ob du denkst, dass das Ganze immer, immer wichtiger wird, gerade auch in puncto Sicherheit und Datenschutz. Und lass mich vor allem mal wissen, was du zu Crust Network sagst. Ich weiß, ich habe dieses Projekt schon einige Male auf meinem Kanal erwähnt, aber noch nicht in einem einzelnen Video. Und deswegen habe ich mich heute dazu entschieden. Ja, lass mich vor allem auch mal in den Kommentaren wissen, was du noch so auf meinem Kanal sehen möchtest, welche Projekte du eventuell in Zukunft mal hier sehen willst, welche Videoreihen und so weiter. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonnier den Kanal, damit du in Zukunft keines meiner Videos verpasst. Und ich habe vor kurzem eine neue Videoserie gestartet. Und zwar diese hier, wo ich wöchentlich auf alle Krypto-News eingehe. Deswegen schau es dir auf jeden Fall an. Lohnt sich. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace. Ciao, ciao. Ciao.